Schlupfwespen gegen Motten. Meines Erachtens die absolut effizienteste Methode gegen Motten. Egal ob Lebensmittel-Motte oder Textil-Motte. Ich hatte leider mit beiden schon zu kämpfen, deswegen weiß ich es aus eigener Erfahrung. Hier lest ihr die Bedienungsanleitung und ihr legt eigentlich eine in eine Schublade oder hängt die über den Kleiderbügel. Das sind auch schon die Mottenkärtchen. Die Motten sind da unten drin. Die sieht man fast gar nicht. Also einfach da reinhängen. In diesem Sack hatte ich übrigens am linken Ärmel habe ich schon ein Loch. Vielleicht sieht man es unten rechts im Bild ganz klein weiß. So appliziert ihr die. Das reicht für die gesamte Lade. Und hier im schottischen Wollpulli hat dies leider auch. Reicht auch eine pro Lade und die sollte man dann regelmäßig in den Perioden nutzen. Das ist extrem effizient. Ist total ungiftig und die Motten werdet ihr nie sehen und ihr müsst auch nicht lüften oder sonst was. Die sind danach einfach futsch. Zum Monitoring und auch zur Bekämpfung könnt ihr diese Falle unbedingt noch immer weiterhin nutzen.